Ich mag Züge. Das ist Otto. Ich hab viele kleine Kinder. Ich weiß nicht, ob ich sie alle ins Bild zerren kann. Die sind zum Bespielen gedacht. Der Zug fährt in den Bahnhof. Wir werden Spaß haben ohne Ende. Ich hab gar nichts. Alles, was hier steht, ist gebaut. Was ist ein Ding mit Legos? Das sieht gar nicht gut aus. Ich hab aber auch LSD. Dazu mach ich noch ein Video. Kann man das auch kaufen? Ich verlinke euch die Sachen drunter. Wollt ihr euch boxen, dann habt ihr ein Problem. Ich kann euch versenken. Dann liegen eure 20.000 Boys. Generelles Thema kann ich immer mal ansprechen. Schwarze sind nicht doof. Die sitzen auch teilweise am Bahnhof. Und wenn da nicht nochmal so eine Begrenzung drumherum kommt, die Schwarze dort hält, wo sie bleiben sollen, dann nervt mich das tierisch. Ich frag euch mit Sicherheit doch zwischendurch nochmal, ob ihr wollt, dass Lego hängt. Der wird ja möglicherweise eine kleine Community-Umfrage starten. Diese Diskriminierung von Weißen bei uns in der Gesellschaft mittlerweile. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ach so. Hab ich gar nicht erwähnt. Ich hab eine kleine Wagen. Ich find die sehr spannend. Ich zeig's euch. Das ist überhaupt kein Problem. Wartet. Richtig Korks nehmen. Da. Den seht ihr schlecht. Das ist ein absurd schwerer langer Kork. Über zwei Meter Gesamtlänge. Wakelers Videos gemacht dazu. Wunderbar. Aber da ist natürlich mit der Wagen so ein Thema. Das Ding dazwischen zu kriegen, ist ne Ansage. Ich bin wirklich ... Ich ... Tschü-Tschü! Tschü-Tschü-Tschü-Tschü! Tschü-Tschü! Pfui! Tschüss.